Ansage Hier ist erst der Game Pass in der Base ist und dann gibt's Sattel Ja, und letztens bei den Geekern? Die Giga war sichererzählen Ja, ja, ja Und trotzdem Sattel vergesst Und trotzdem Sattel vergesst Okay, jetzt zieh ich dich nicht mehr Da unten, diese zweite Ebene Da unten Da bleibt man da kurz, ich suche kurz, ob er rechts oder links soll Geradeaus und rechts, ich seh euch Ja, hier, hier, ich seh ihn schon Rechts musst du einfach, du musst einfach runter, MP und rechts Ich steh jetzt auf der anderen Seite Ich steh jetzt auf der anderen Seite Nein, 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 eine Ebene runter, wo MP gerade runtergesprungen ist Wo ist er? Warte, ich seh die offene Wand So, MP, warte Direkt vor dir Bleib hier stehen Bleib hier stehen Bleib hier stehen Und setz hier Pillars Die Pillars, da Ist in dem Ding Elias, das machst du eigentlich Pulle, sitzt du Wie war das? Fünf Fünf nebeneinander, ne? Mach die Tiere mal jemanden kaputt Ich glaub fünf nebeneinander Du, Jason, machst das Musko draustetten Da mal anmachen Mama, es ist doch hell Ja, aber gleich wird's dunkel und gleich mitten im Tail Unter dir ist ein Raptor im Film Ja, ich baue die Kanone gerade Ich muss gerade schauen, ich brauche ne gerade Fläche Warum brauchst du denn ne gerade Fläche? Wenn ich die Pillar schön setzen kann Alles klar So, oder Ilka und jetzt noch ne zweite Höhe, oder? Oder wie war das? Ja, der attackt auf jeden Fall die Pillars dann Mach mal, mach mal eins höher, glaub ich Guck mal, ich bin grad drüber gelaufen Du musst auf jeden Fall höher Ja, und nicht so weit auseinander Machen wir die Ferney-Tracken weg Ferney-Tracken So nah ran, wie es geht Da, da Ferney Nein, so du schon richtig kippen, nein Ferney-Track Der macht was auch so Oh, das ist er Schau mal, ob du noch drüber laschen kannst Das sieht aus wie Aufpfiff, die Doppelkanone Tschüss Indi Mimus Er kommt Er wird nicht aufgewegt Er macht irgendwas Wer waren jetzt beim Golem? Gegner? Nein Ich hab noch niemand auf der Kanone, hallo? Ja, ich geh auf die Kanone Ja, bringt euch die Tiere weg Zwei Leute Kanone, hopp! Ja, ja, ich pull ihn Komm ich auch noch Ich und Bruder passen dann auf Ja, nehmen die Tiere, follow Also Kuchle im Paracea hole Nur auf den Kopf zählen Oh Gott, das auftun Auch Jason Bin zu schwer, bitte mein Dings wieder Du soll schnell kucheln nehmen Dazu bin ich schon kippen Der wird sich am Pillar, wird er den Pilger einmal schlagen Dann wird er sich drehen und nach dem Drehen werden wir direkt schießen Oder? Direkt nachdem er sich gedreht hat Da haben wir 5 Sekunden Zeit Ich weiß So, her und tiefer Nach rechts Ach komm Alter Habe ich nicht, oder? Habe ich? Der muss die Pille angreifen, ihr müsst schälen Nimm private Warte Reit den Paras immer einer weiter nach hinten Jetzt hat er gerecht Ok, warte Feuer Nein, noch nicht noch nicht Jason, bis jetzt Jason, Feuer Ne, weiter runter Weiter runter Hol deine Kuchen Ich habe eine im Winter Na gut, lade Feuer Jetzt Zu tief Daneben Ne, ne, das war nicht Höher Lass mich mal hochrecken Warte, warte, er muss sich drehen, warte 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 Jetzt Volltreffer Ja, der war gut Lade Und nochmal Ich lad, du schieß, Elka Oder Rex Das war Rex Ja, dann soll ich Rex ist zu weit links Jawoll Jawoll Krass Hole bringt der Munition Schieß du einfach Ich wurde raus grad betäubt Draußen ist eine Katz, die ist nicht von uns Ich werde betäubt Immer noch direkt vor der Tür Warte, wenn er sich dreht, Hole Ich werde direkt vor der Tür Immer wenn er sich dreht Hallo Mir ist die Ich da Nicht ein einziger ja gut dann er ist betäubt, betäubt, betäubt direkt vor dem Base war schon das 5. Max und es läuft ab wir gehen in die Toren, wir haben Raidsuits äh Grievous, wir haben Raidsuits ja aber vor dem Base ich war vor der Bay ich seh dich nicht habt ihr Kibble dabei? nein ja ihr habt kein Kibble dabei Mantis Kibble ist glaube ich auch nicht in Kibble ja hat jemand ne Pick dabei? also ne ganz normale Metal Pick ja die sind bestimmt gib mir gib mir Hermoter, leg rein oder doch nicht, hab ich wieder weggetan komm ja ich hab auch egal, die Killersinsammlung juf dat war doch easy die kann man nicht einsam und die kann man nur abreißen ich hol schnell Soho ja war ich lass dich nicht auch drauf ach ey ich hasse Wölfe guter Gamecrash alter Moment hier looted uns aha ich muss aber wieder zu ok dann, ich loote ihn ja ist der nicht auch Steine? naja aber Sulfur bringt viel mehr naja aber Ohnefekt dann sitzen wir ja wirklich noch ne halbe Stunde das sollten Sulfurs Steine sein ja so das war doch da ne das ist Salz dankeschön wo war denn da mit der Sulfur? vier Minuten habt ihr euch kein Mantis Kibble mitgenommen? nein eben nicht glaub Mantis Kibble ist aber auch nicht ein Kibble wie viel Sulfur brauchen wir? ja 20 gleich naja gut ich hab 300 ja was meinst nenn Goldem bringt nur was auf Lebensskill ne oder zum Steinen Elektrofile sind so ein Nuplex das ist nimmer falsch Mann das Kibble wäre eben Tisch gewesen ja ok brauch alles noch Elias Sulfur ist im Kibble Tamer fuck ey wir haben noch 2 Minuten ne und ich muss mein Thüler nach Hause bringen Dankeschön wenn nicht bauen wir uns hier kurz in Hütte und logen uns hier aus nein man darf hier nicht bauen ähm wenn nicht können wir hier auslocken jetzt soll jetzt in unserer Nähe nix weg ja sei vorsichtig mit dem was du herumläufst weil von dem einen haben wir nicht viel was die Shocking Darts die 26 26.000 niemand ich hätte nur Transantio oder so ja ein Golem sind OP wieso du darfst die Quallen ja ja wir spornen hier extrem slow also wirklich wirklich slow da an irgendwas von dem ranzukommen ist schwer ok ich pass auf oder besorg uns gleich Nachschub ein Vorrat das ging ja leichter als ich gedacht hab ja mal ich möchte spazieren er hat jetzt drei Kugeln gefressen Golem Thame ist kein Problem ein paar 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 oder bist du schon Richtung oder bist du schon Richtung der Thula wird von drei Sachen angegriffen ey wir haben ein bisschen Richtung Stargate keiner weiß wo alter einfach nur hoch gerade hoch oder was ja und alle rennen hier ist der Golem nicht wichtig äh ja vielleicht wenn die hier nicht chill heaten jo Thula ist was tot gg er hat noch 300 Leben von 3000 ich brauche ich brauche einen Sattel alter das kannst du so vergessen man also ich hab war Thula ist das dümmste das Viech followt dir nicht gar nicht ey oh Ilka kacke schweißen wir hier auf dem Paraseer ist ja besser das Ding zu transportieren ja du musst ja schließen können ich brauche was zu essen da hinten kommt Kano Egal Sabertooth äh wir haben drinnen noch anderen und ich esse Hausfleisch komm wir müssen es jetzt schnell nach Hause bringen wenn uns einer sieht auf der Wüsteninsel holen wir ihre ganzen Maids ja das wegen nach Hause wer begleitet mich Wollte gehst du mit komm komm ja ich komm mit dir 9 Minuten sollten wir schaffen der Thula followt halt auch so kacke ne der bleibt dann jeder scheiße hängen was machen ihr ich hab dich gehauen dem Paraseer ah Ilka guck's dir an ey das ist so dumm es ist so dumm was wird denn in der Pause gemacht? getamed Nein der Server wird ausgeschaltet guck's dir an ey irgendwie lass zum Stargate go John seit der ersten Folge seit der ersten Session wird der Server runtergefahren nein Ilka dann lauf auf ja bo das ist so viel kacke ich will an ja genau hier oben ok haben die Brontos auch auf Lebensgeld oder auch auf movement ne nur Leben wir haben doch Stargate und den Sonic Dirtel auch bitte nur auf Leben ok kommt da der Vollidiot ja ja guck mal bitte den Golem der ist ja dümmer als ein Giger äh Raptor das ist ja wir haben wir haben wb ja das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020